dann bastel ich mal hier einen von diesen chassis war die war die war die war die schasmos so liebe gäste wir müssen mal gucken dass wir die anzeilen da unten der hat nichts zu essen super super supi dupi noch mal neuen auftrag noch mal von ihm hier ist eine neue sicherheitsmission interessiert ja fleischwasser geht immer jetzt haben wir hier irgendwo was neues nämlich ihn da so wir brüten ein fleischwasser aus den können wir rauslassen haben die die halbtur ein bisschen was zu futtern zwischendurch mal ist ja auch mal ganz nett so wie viel brauche ich noch einen noch oder so hat wer wo ach hier unten gibt es stress ja ja was er hat gewonnen da ist ja blöd da ist ja blöd dann bitte ein kanu so was war mit den raptoren wo haben wir jetzt die raptoren raptor ich glaube die muss ich noch mal ein bisschen frisieren frisieren sind die nicht optimal aus oder lebensfähigkeit klar eigentlich schon jetzt frisieren jetzt frisst der hier die ganze zeit in dem vier rum ey noch in dracorex in altersschwäche gestorben na gut dann haben wir jetzt hier zwei neue gut dass ich direkt zwei gemacht habe räumen wir weg ja ja so bitte schneller jetzt ich würde hier gerne endlich wieder zu der anderen karte kampf der macht sie alle platt hier was ist das denn für ein wursche ja komm dann brüte ich halt davon ein paar aus so gebogenheit ist nämlich jetzt schon scheiße Leute mach mal hin mit dem ausbrüten jetzt gibt's da nicht wird gespeichert alles klar naja ok so haben wir es bald mal ach das dauert ja ewig hab ich das hier nicht äh Lebensfähigkeit 100% den habe ich noch gar nicht modifiziert denn der ist bei 15% das kann ja was werden komm hier der ist schon zumindest fertig so den lasse ich auch mal raus und verkauf ihn da ei Karamba da frisst einer watt wie viel Ziegen laufen denn hier rum zack weg war die Ziege da laufen aber einige Ziegen rum und der kommt hier ganz gut klar eigentlich so verkaufen dann hätten wir das und dann müsste es ja jetzt langsam mal hier sich zum positiven wenden ich glaube der hier ei 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 das wird böse der wird böse jetzt sekunde mal ne ich kann jetzt ne wenn ich einen anderen Zaun nehme verbrauche ich auch direkt wieder mehr er schnappt jetzt erstmal noch einen anderen Raptor vermutlich oh ich wusste es ich wusste es so äh ranger mir wäre es lieber wenn sich die Sicherheitsabteilung nicht in den Dinosaurierhandel einmischen würde zu viele bewegliche Teile das Risiko beim Transport wäre zu groß aber hey ob es mir gefällt oder nicht an ihren Ergebnissen gibt es nichts auszuwenden so wir machen mal eben hier den ein bisschen fliegen oh ich eier hier lang da rennen sie wie viele sind das denn nur er ach weißt du was mach das mal lieber selber Hubschrauber so 1,2,3,4 Stück sind abgehauen was äh aber 4 sehe ich gar nicht wieso denn 4 wo ist denn hier noch was abgehauen hä wie sind die denn rausgekommen was was ist da los so ich glaube jetzt haben wir es eigentlich geschafft jawohl ok wir können jetzt hier eigentlich von der Insel runter es geht nur leider gerade nicht Sicherheitszentrum guck mal jetzt habe ich ein Sicherheitszentrum jetzt wo es zu spät ist so Sekunde, 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 Sekunde ich muss erstmal jetzt hier wieder die Leute beruhigen wenn ich die Saurier weg transportiere Anfrage zur Produktabholung erhalten zur Abholung des Produkts so noch mal einen freilassen und noch einen von der Sorte alles klar gut ähm wir sind dann hier auf der Insel fertig und ich werde jetzt auch nicht noch länger hier bleiben denn jetzt sieht es hier ganz gut aus ach so gut ich hätte noch kurz die 5 Sterne zurück die 5 Sterne Deluxe wie sieht es denn hier aus Forschung fertig Fossilien geht gerade mal gar nichts Produkttransport im Gange und dann kämpfen hier gerade so dann sollte gleich der letzte Raptor weg sein nämlich jetzt oder auch nicht Mist wir haben hier doch noch einen Raptor Gebogenheit ja scheiße ist brauchen doch noch einen der ist zufrieden dann bin ich auch zufrieden so was ist jetzt hier Anlagenbewertung annehmbare Sicherheit ja komm ey die Sicherheit ist da jetzt gegeben oder Sekunde ich würde sagen jetzt haben wir noch ein Sicherheitszentrum also ich bitte dich ach scheiße ey hör doch mal auf da hinten ist aber auch zum kotzen die ist aber auch zum kotzen mit den Jungs und Mädels schauen wie schnell hier einer ist nein leck mich doch ach komm ey bitte Genom modifizieren Sekunde so jetzt müsste es aber funktionieren mach hin shit jetzt sind schon drei raus ist der große auch noch raus was ist mit dem Jeep hier hat der hier ganz gemacht oder was ist jetzt ganz oder ist jetzt oder ist nicht ganz ganz oder nicht ganz das ist hier die Frage Leute das kann doch nicht wahr sein brüte diese scheiß Viecher jetzt aus bestätige Anfrage zur Produktabholung den kann ich aber erstmal da liegen lassen oh nein brüchrigs kotzen wo ist der Jeep wo ist der Jeep wo ist der Jeep wo ist der Jeep das kann doch nicht wahr sein was ist denn da los so kriegen wir die fünf Sterne hier nicht zusammen doch so er ist jetzt wieder drin und er rennt gleich wieder raus ja nee ist klar Murat Hör mal Alfred Jupp Sepp bleibst du drin Schmittchenschleicher mit den elastischen Beinen was ist da los ja nee ja nee hey Digga verflixt und zugenäht was braucht der hier so lange will der mich verarschen ey was macht der da nicht ganz ist der doof oder was ich glaube wenn mein Schwein pfeift so was ist da ihr seid doch bekloppt euch da gegenseitig in die Köpfe einzurennen man du ich äh joh joh ja nee ey komm oh Leute dein ernst also komm ich hier heute auf keinen grünzweig so nicht der kann weg der kann verkauft werden meine herren zumindest drei brauche ich so wo ist jetzt hier noch eine krankheit ausgebrochen da ist auch noch eine seuche ausgebrochen ach Leute ach Leute jawoll jawoll so so und den jetzt auch noch frei lassen Dankeschön wie fröhlich sind die jetzt hier darf ich mal fragen sind die jetzt zufrieden wow sie sind zufrieden es ist ja Wahnsinn das ist ja der Wahnsinn naja sind die Tieren zufrieden bin ich auch zufrieden so jetzt haben wir unsere fünf sterne alles klar wir können gehen oh wir haben es geschafft an Altersschwäche gestorben das tut mir sehr leid für dich wir machen uns jetzt trotzdem von der Insel so und dann gucken wir mal auf die nächste Insel ok ok wie sieht es denn hier aus wir escapen mal eben oh sieht schön aus hier sieht es immer schön aus aber das mag ich an ihnen alles klar Inselbewertung was hat er denn hier wieder für Probleme ist ja nicht optimopti was ist hier nicht optimopti 8080 Transporteinkauf Einkauf findet er nicht so gut oder was da ist ja nicht zu fassen wo mein ich nicht Sturmwarnung Hilfe wir wir verlassen diese Insel wir verlassen diese Insel und gehen auf die nächste Insel wir gehen auf Dacano 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 und wie sieht es hier aus haben wir hier auch alles ist die Frage ist die Frage oh ja Sie haben es geschafft Glückwunsch uns beiden cool 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 dann können wir hier also auch wieder runter gut ich wollte nur mal schauen das ist sehr geil also wir haben jetzt auf allen Inseln auf allen vier bisherigen Inseln haben wir jetzt alles erforscht also alle Errungenschaften die wir kriegen können das heißt wir können jetzt schön hier uns auf der Insel austoben da freue ich mich Ei Karambo Karacho da sind wir zurück auf dem größten Projekt so niedrige Gesundheit tote Dinosaurier überall was ist da los Geborgenheit ist nicht gut warum ist die Geborgenheit nicht gut weil wir von denen zu wenig haben wie viele haben wir denn von denen echt ernsthaft so stressen die brauchen wir da echt so viele von hier kommt noch einer ich mach doch da schon ganz viele von auch Mensch Freunde das ist echt fies ich mach doch mal auf damit ich mach doch mal auf damit ich mach doch mal auf damit Leute Sind die immer noch nicht zufrieden? Das gibt es doch nicht ich hab doch jetzt noch einen freigelassen Ehh wie viel müssen das denn sein? so viel Platz hab ich hier überhaupt nicht Mann jetzt hört auf jetzt hört auf Fängt ja richtig gut an ey jetzt haben wir auch noch eine Krankheit Gucken wir mal was wir als erstes machen jetzt hier was war denn an Kohle? ja wir haben also einiges an Kohle aber jetzt kriegen wir gleich ganz viel Kohle mehr und so 13 Mille damit lässt sich arbeiten damit lässt sich arbeiten 184 da können wir auch noch so was ist jetzt hier? tot macht euch weg macht euch weg Jungs ihr seid so viele, ne? das sind so viele aufgabe erhalten und trotzdem stressen die rum verstanden verstehe ich nicht oh man ey oh man ey 93% komm jetzt 95 Rachio ist äh freut sich ne? ist das ein scheiß ernst? 100 100 komm hier jetzt komm hier jetzt bitte das muss doch jetzt klappen, oder? willst du mich verarschen? zufrieden? oh mein gott sie sind zufrieden ach kommt jetzt Freunde ihr seid zufrieden merkt ihr noch nicht dass ihr zufrieden seid? die merken es nicht die merken es nicht Untertitelung des ZDF, 2020